Wenn mich deine Hand berührt und ein Feuer in mir schürt, bin ich Teil von dir und niemand kann uns trennen. Aber wenn der Sommer geht und der Herbstwind für uns weht, wird die Glut unter der Asche dann noch brennen? Was wird sein, Chisara? Werd ich Zärtlichkeit noch spüren oder wird sie sich verlieren? Wird es Wasser oder Wein sein, was wir trinken? Stirbt der Zauber an der Zeit oder schweben wir wie heut auf den Flügeln einer neuen Dimension? Was wird sein, sagt mir Chisara? Steht im Buch, das wir schreiben, am Anfang schon Ende. Chisara, oder fühlt unsere Story am Ende doch bänden? Chisara, haben wir uns in Jahren noch so viel zu sagen? Chisara, oder stehen dann nur noch die wortlosen Fragen im Raum? Wenn der erste Rausch vergeht und ein neues Bild besteht, trägt es dann noch diese tausend bunten Farben. Wenn das erste Glas zerbricht, siehst du mich im anderen Licht? Wirst du bleiben oder darfst du immer gehen? Was wird sein, sagt mir? Chisara, oder steht im Buch, das wir schreiben, am Anfang schon Ende? Chisara, oder fühlt unsere Story am Ende doch Ende? Chisara, haben wir uns in Jahren noch so viel zu sagen? Chisara, oder stehen dann nur noch die wortlosen Fragen im Raum? Sag mir, don Tsara, die ist daran? Chisara, oder steht dann nur noch die Russian tour auf der Grunde? Chisara, oder steht dann nur noch die offered Zeit? Herr Schherr, erst mal die haben deswegen in Für conheidad gebracht.